Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist Belichtungskorrektur. Mache ich das anhand der Belichtungseinstellung, hier am Beispiel in Capture One, also an der grundsätzlichen Belichtung? Oder mache ich das beim Einstellen oder durch das Einstellen der Tonwerte? Ich mache das jetzt hier mal automatisch. So, jetzt habe ich das Bild sozusagen im Histogramm richtig dargestellt. Das heißt ja auch nicht, dass das Histogramm das allein ausschlaggebende Merkmal ist, sondern ich mag das persönlich auch, wenn die Bildern ticken, unterbelichtet sind. Aber wir gucken einfach mal, was ist der Unterschied oder was ist die Herangehensweise, was passiert da technisch? So, wenn ich das jetzt wieder zurück mache, habe ich das Bild wieder in der Ausgangssituation. Und wenn ich das jetzt mit dem, mit dem Belichtungsregler mache, kriege ich auch das Histogramm in die entsprechende Richtung. Wo ist jetzt aber der Unterschied? Also, wenn ich jetzt nochmal hier gucke, ich habe die Belichtungswarnung aktiviert und wir sehen hier schon kommen ein paar rote Punkte. Also, das heißt, der Himmel beginnt ganz langsam auszufressen. Und wenn wir das Ganze jetzt, ich mache das einfach mal automatisch, ich könnte jetzt natürlich auch hergehen und das manuell anpassen. Ich mache das aber einfach mal automatisch. Dann sehen wir, es ist ein Unterschied erkennbar. Also, der Himmel beginnt ebenfalls an auszufressen. Allerdings, das Gesicht ist nicht so hell. Ich mache das wieder zurück, versuche mal die automatische Belichtungsanpassung. Die ist nicht ganz so aggressiv. Wenn ich das jetzt aber weiter hochziehe, passiert schon etwas anderes. Der Himmel beginnt an auszufressen, aber gleichzeitig wird das Gesicht heller. Ich habe hier auch einen stärkeren Kontrast. Wenn ich jetzt anfange, mit den Tonwerten zu arbeiten, das erstmal quasi richtig einzustellen und drehe dann zusätzlich noch am Belichtungsregler, komme dann vielleicht nochmal auf die Idee, ich will die Tonwerte wieder korrigieren, dann ist das Problem, dass man beginnt, sich gegen, also die Korrektur korrigiert die Korrektur. Und das Ganze ist dann natürlich irgendwie nicht so zielführend. Ehrlich gesagt, lasse ich persönlich den Tonwerteregler in erster Linie außer Betracht. Ich gehe nur über die Belichtung und wenn mir beispielsweise bei den Tiefen noch etwas fehlt, gehe ich lieber in die HDR-Bearbeitung und regle die Tiefen ein bisschen hoch, ziehe die Lichter vielleicht ein bisschen runter. Wenn ich jetzt dann noch obendrauf die Tonwerte korrigiere, dann zerschießt mir das irgendwie ein Stück weit meine vorherige Bearbeitung. Ich kann das dann wieder runterregeln, aber ehrlich gesagt versuche ich die Tonwerte gar nicht so doll anzufassen. Ich kann natürlich hiermit auch mehr Kontrast reinbringen ins Bild. Jetzt sieht man, wie natürlich der Kontrast steigt. Das Ganze ist hier in schwarz-weiß und ich habe einen Style verwendet, aber das tut er jetzt nicht zur Sache. Das Problem ist, dass ich persönlich die Tonwertkorrektur oder das Arbeiten generell mit den Tonwerten nicht so wirklich zielführend finde, weil es nicht so nachvollziehbar ist. Insbesondere, wenn du mit der Belichtung arbeitest, vielleicht hast du auch noch irgendwas mit dem globalen Kontrast gemacht und hast dann auch noch HDR-Bearbeitung am Start, dann finde ich das ziemlich verwirrend, wenn dann dazu noch die Tonwerte kommen. So, jetzt bin ich gespannt, wie deine Meinung dazu ist, zu der Basic-Helligkeitsanpassung, Belichtungskorrektur. Wie machst du das? Schreib das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Meinung, auf dein Feedback. Das ist jetzt so, wie ich da herangehe, aber natürlich bin ich immer offen für Anregungen und überdenke auch hin und wieder mal meinen Workflow. So mache ich das. Ich lasse die Tonwerte in der Regel in Ruhe, arbeite in erster Linie mit der Belichtung, dann ein Stück weit in Capture One mit dem Parameter Helligkeit und dann noch mit HDR und natürlich mit der Gradationskurve. Da hole ich dann die Kontraste her. Das ist ja auch nochmal ein sehr mächtiges Instrument, um gewisse Bildbereiche, Tiefenmitten, mittlere Frequenzen, hohe Frequenzen in der Belichtung zu korrigieren und natürlich auch die Kontraste anzupassen. Ich bin gespannt, wie machst du, wie ist dein Workflow mit dem Thema Helligkeitsanpassung. Liebe Grüße und bis bald.